WTFM Das Radio, das deine dumme Tante gar nicht mag. ASM Rdio Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu ASM Rdio, dem Rdio mit den Wohlfühltriggern, die euch beruhigen und die euch dieses entspannende Kopfhautkribbeln bescheren sollen, nachdem ihr euch alle sehnt. Mein Name ist Mbilla und ich habe euch wieder drei ganz neue Feelgood und Entspannungstrigger mitgebracht. Also lehnt euch zurück und genießt die Trigger. Wir kommen zum ersten Trigger. Das ist ein wunderbar matter Becher Eutereep. Frische, plackige Muttermilch von einer frischen Mutterkuh mit Rahmplacken, die ich jetzt lustvoll für euch trinke. Euterrieb Sendersuche läuft Rock, rock, rock Die Rock, rock Garage mit Frankie Giebler Ra, ra, ra Rockedi-Rocker und Rockerinnen Hier ist wieder die Rock-Garage Die einzige Garage, die rockt Weil Rock in der Garage Drin ist Im freien Radio Weserbergland Heute tanzt hier der Bär Da rockt der Papst im Kettenhemd Und da wird gerifft, dass der Ziegenbock den Honig hat Denn heute kommt ein alter Freund Und Wegbegleiter von mir in die Garage Und das ist niemand geringerer Als der kultige Urgesteins-Rocker DJ Walter Aus dem badischen Kehl am Rhein Komm rein mein Junge, auf geht's Haha, Frankie Hast du absichtlich gesagt Ich soll reinkommen, weil ich am Rhein wohne In Kehl am Rhein Alter, Fuchs DJ Walter Spielt Hits für jedes Alter In the Rock Bites In Kehl, Kork, New York Hallo Walter, mein alter Verwalter Mensch, dass es dich nochmal hierher verschlägt Also, liebe Leute da draußen Das muss ich euch erstmal erzählen Ich war ja Raudi bei Doro Also Pesh, ne? Die Hardrock-Queen, ne? Und da war ich damals sogar in Saabbrücken beim Festival Halbe Weltreise damals Aber hey, so war das vorher, ne? Ja, jetzt hab Brücken bei damals auch, gell? Weißt du noch, da war Alice auf dem Festival Also Cooper, ne? Da war ich schon gar nicht dabei, gell? Aber ja, hinterher auf jeden Fall auf dem After-Festival Bin ich am Teller gestanden Und hab die Rockbretter richtig geil So guter, handgemachter Rock Ja, handgemacht wie Doro auch, ne? Richtig guter, handgemachter Rock Mit Riffs und Rock Und ich am FAO Heatbanging Und die Leute so Crewsurfing Und am Poco tanzen Alle so Das war was früher Ich weiß noch, mein erster Poco Da hab ich aufgelegt damals Damals auch im Blockhaus in Bibera Richtig geiler Rockshow Wenn ich sag das Harley an der Wand und alles, ne? Und da hab ich da die Hits gefeuert Von Atze, Datze und Mettlika Damals so Der Bass, ne? Voll rein Und Gläser haben gewackelt Alter, richtig geil Ja, bei uns auch so Ja, aber so Und die Fenster so Das war doch gar nichts, ne? Bei uns Wall of Sound Breddert so in die Leute Nein, ey, dass die Kutte wackeln, gell? Und einer hat so zwei Gläser in der Hand Und das weiß ich noch Und ich so ein Riff Und die Gläser so die ganze Zeit Kling, 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 Kling Haben sie aneinander geschlagen Vom Sound Gar nichts, ja Bei uns gab's kein Klingelingeling Sondern Wee, wee, wee Notarzt hier Da hat uns an einem Abend Zwölf Leute abgeholt Damals Mit Hörsturz Oder Dmitus Weil die Doro den Verstärker Über den Pike gedreht hat Und dann Bam, sind die umgefallen alle Wie die fliegen vor der Box Das ist ja nett Aber ich hab mal einer umgebracht Mit dem Auto Und weiter geht's Mit einem Song Von DJ Walter Potter Super Song Der ist von mir Geht um mich Also Leute Let's rock Yeah Paartanz Tanzt den Paartanz Ich mach 1000 Euro An einem Abend Spiele alles Was die Leute mir sagen Erst einen Schlager Dann was von ACDC Mein Repertoire Ist mega riesig Paartanz Tanz den Paartanz Tanz den Paartanz Tanz den Paartanz Tanz den Paartanz Früher hatte ich Ne coole Band So geiler Rock Den jeder kennt Wir waren die verrücktesten Typen der Stadt Doch irgendwann Hatte die Band Mich satt Jetzt mach ich Und jetzt kommt Werbung Sie möchten einfach mal länger Drinbleiben Einfach mal stecken lassen Entspannt zu Ende genießen Ohne sich Sorgen um die Folgen Machen zu müssen Dann kommen Sie jetzt Zu Udo Die Untenrum Direkt Unfallversicherung Versichert Sie Falls Sie versehentlich mal Ein bisschen zu lange Drin geblieben sind Und untenrum Einen kleinen Unfall Verursacht haben Wählen Sie zwischen den Zusatzoptionen Zwei-Jahres-Windel-Paket Schulhefte-Flatrate Und Entfernungspauschale Untenrum Direktunfallversicherung Mit uns kommen Sie überall rein Kündigungsfrist neun Monate Frauen bezahlen nur die Hälfte WTFM 100,0 Die neue Staffel ist da Also das hier Ja Das ist eine neue Staffel Und immer noch Machen wir das alles selber Und nur deshalb Können wir so anspruchsvolle Inhalte realisieren Wie Hurensohn-Müsli Dr. Edeljoghurt-Bummskopf Oder Muckbang-Radio Und um sicher zu gehen Dass das so bleibt Könnt ihr uns jetzt unterstützen Auf Patreon Patreon.com Slash WTFM Für einen Fünfer Gibt's die Folge früher Und exklusives Zeug Immer dann Wenn wir's Nicht vergessen Patreon.com Slash WTFM Denn Lohnt sich's So geht's Oh Sendersuche läuft Und wir haben noch eine Gefahrenmeldung Bitte aufpassen Auf der E342 Elmshausen Richtung Aberbüttel Zwischen der Kreuzung Albershausen Und Ortsausgang Fahrenfeld Ist ein Geisterfahrer unterwegs Hier bitte Ganz besonders Vorsichtig fahren Und jetzt Wird mir gerade mitgeteilt Wir haben tatsächlich Kontakt zu ihm hergestellt Zu dem Geisterfahrer Melvin Was ist denn da los bei dir? Ja Ich hab wirklich nur ganz kurz Auf mein Handy geschaut Hier Wirdl Und so In der Auffahrt Und plötzlich merke ich Das sind mir alle entgegenfahren Also ich hab ne Heiden Vorsicht Melvin 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 Du weißt schon Das ist brandgefährlich Also auch Bitte nicht nachmachen Auf gar keinen Fall Das ist brandgefährlich Melvin Ja gut Die Frage ist ja Wie komm ich jetzt wieder raus Also man stellt sich Oh Man stellt sich das immer so einfach vor Aber Wie soll ich denn hier wenden Oder so Das geht nicht Also ich denke Ruhe bewahren ist die beste Lösung An der Stelle Einmal auf den Seitenstreifen fahren Warnblink Lichter an Und das Warndreieck rausstellen Und dann die Polizei anrufen Das wird die beste Lösung sein hier Auf den Seitenstreifen Das wäre Wahnsinn Überlegt ja auch niemand Wie es mir dabei geht Mein Hund hat Angst Hier Nimm mal ein kurzes Lenkrad Das ist ja schließlich auch für mich Eine schwierige Situation Ich komm mir vor wie in einem Video Ich glaube wir brechen das jetzt mal An der Stelle ab Du rufst die Polizei Du rufst die Polizei an Und wir gehen mal ganz kurz Wieder in die Musik Mit Kasper Und XO XO Sendersuche läuft Ausgekommte Sterne Zwischen Singularitäten Seit Milliarden Ja Mein Traum Während der Raumzeit Die Neutronen Sterne schmerzen Zwischen kalter dunkler Leben Und ob sie von Bedeutung werden Und das Ganze ist nur eine Von unendlich vielen Welten Die sich ständig weiterspalten Und die nur anfangen Nie enden Zwischen fiktionalen Grenzen Zwischen X-Realitäten Parallele Dimensionen Und uns selber viel erleben Wurde mir wie durch ein Wunder Ein bewusster Geist gegeben Der sich selbst reflektiert Und der sich wahrnimmt Bei seinem Wesen Und der rausschaut aus dem Dasein Aus einem lachhaft kleinen Leben Und dieser Ghostwarze vermisst Und er versucht sie zu verstehen Und in die Mitten dieser Wunder Weiß er all das Und er sitzt da Und ärgert sich über die Meinung Von einem Kuchensohn auf Twitter Hallo meine lieben Kinder Hier ist wieder mal der Kenny Und ich freue mich Dass ihr eingeschaltet habt Bei KennyFM Ich erzähle euch auch heute Lustige und wissenswerte Sachen Die ihr wissen müsst Wenn ihr mal groß werden Und nicht im System-Gulag landen wollt Wie eure Eltern Also Wisst ihr eigentlich Dass Deutschland Eine GmbH ist Was das heißt Fragt ihr euch Na klar Das erzähle ich euch gerne Also stellt euch vor Ihr wärt ein Land Aber Das Land kann gar nichts selber machen Denn eine kleine Gruppe Kontrolliert heimlich Das gesamte Land Und was macht so eine kleine Gruppe? Die kontrolliert die Banken Ja Aber Was sonst? Fragt ihr euch das? Was sonst? Nun Kennt ihr Vögel? Ja Aber wisst ihr Dass die Vögel Gar nicht leben Sondern dass das kleine Fliegen die Roboter sind Die euch überwachen Und wenn ihr zu viele Fragen stellt Dann kommen sie Und sprühen euch Mit Gift ein Und wenn die Vögelchen Sehen Dass sie ihnen Aus dem Weg geht Dann schicken die so Leute Mit Camp Trail Zigaretten Vorbei Ja Und in eurem Wasser Da ist ein Stoff drinnen Von dem sagen euch alle Das sei Kalk Dabei ist das Aspartam Und Aspartam Macht euch dumm Und gefügig Aber wenn ihr das nicht trinkt Wenn ihr das nicht trinkt Dann schicken sie euch Leute Und die sehen aus Wie eure Eltern Ja Sehen aus Wie eure Eltern Aber es sind Reptilien Die eure Eltern Nur anhaben Wie so Mäntel Das ist also nur die Haut Von euren Eltern Und drunter sind diese Reptilien Leute Und versetzen euch Hypnose in Trance Und benutzen euch als Batterie Für den Atomreaktor Von Jürgen Möllemann Der den heimlich Seit Jahren baut Und zusammen mit Greta Thunberg Eine Energiewulst Über den Pol Spannen will Und zwar mit dem Zern Superkollider Und wenn das Wenn das soweit ist Dann kommen diese Reptilien Überall aus ihren Verstecken Und sie benutzen uns Als Nahrungsvorrat Weil wir die einzigen Spezies sind Die Adrenochrom herstellen Und das brauchen sie Um am Leben zu bleiben Versteht ihr? Versteht ihr? So Und jetzt Zum Schluss der Sendung Lernen wir nochmal Das Alphabet auswendig Mit diesem Einfachen Merksatz Aufgepasst Das Alphabet Ein einfacher Merksatz Für Verschwörungstheoretiker Amerika benutzt Chemtrail-Düsenflugzeuge Extraorbitär Für geopolitische Hoheit Im jüdisch-katholischen Lebensraum Mittels Narkosegasen Operieren Postimperialistenschweine Quasi rechtlich skandalös Tod und Verderben Weil Echsenmenschen überzahl Sendersuche läuft Und wir kommen zum zweiten Entspannungs-Trigger Hier habe ich euch meine Lieblings-Scoot-Presse mitgebracht Für euch zum Genießen Und zum Entspannen Lehnt euch zurück Ich fülle hier erstmal die wunderbar metallische Kotpresse mit ganz entspannendem Kot auf Und jetzt presse ich den Entspannungs-Kot durch die Entspannungs-Presse Sendersuche läuft Sendersuche läuft Panterei Das Philosophische Radio Herzlich Willkommen zu Panterei Dem Philosophischen Radio Aus dem Elysium Der gedachten Gedanken Mit Gästen Nun, apropos mit Gästen Gar nicht von gestern Sondern eher von, wie sagt man so schön Heute Dafür aber mit großen Gesten Wenn Sie verstehen, wie ich meine Einer Der Berüchtigt Beliebt Unbeliebt Belesen Und doch Unbe Ich will sagen Lesen Als Kunst Leben Kunst als Leben Leben als Kunst Heute im Gespräch mit mir Erion Wagenburg Aus dem Geburtsort der Frühromantik Jena Ein Stell dich ein In dieser Arena des Geistes Diesem Marktplatz der Ideen Dieser Arena der Ideen Marktplatz des Geistes Bist zu Gast heute Herzlich Willkommen Sokrates Warum? Sokrates Mensch, das freut mich Dass du das einrichten konntest Mit der Anreise Das haben wir ja schon länger geplant Endlich hat es geklappt Herzlich Willkommen Warum? Brillant Sendersuche läuft So, und wir kommen wieder zurück Zu unserer Rubrik Das Geräusch der Woche Und ich würde sagen Wir hören noch einmal rein Damit ihr jetzt auch nochmal Ganz genau aufpassen könnt Bitteschön Das ist nicht einfach Aber ich bin sicher Ihr schafft das Und wir haben hier auch schon jemanden In der Leitung Der irgendwie anonym bleiben will Aber möchtest du einmal lösen? Hallo Oh, das war knapp Ja, also Ich weiß ganz genau Das war ein Toaster im Bett Das Geräusch kenne ich Ja, ziemlich sicher Ja Das ist tatsächlich richtig Man mag es kaum glauben 15 Euro Lidl-Gutschein geht an dich Lieber Melvin Aber hier auch nochmal Der Appell an alle da draußen Natürlich nicht nachmachen Nicht in den Gegenverkehr fahren Auf den Seitenstrafen Jetzt bitte wirklich warten Ich hoffe, du fährst gerade nicht Und das geht glimpflich Für alle Beteiligten Doch, doch Ich fahre Vollspeed Ja Kann ich mir noch einen Song wünschen? Okay Dann wünsch dir noch einen Song eben Ja, also Ich wünsche mir Madness Mit Driving in my car Okay Spielen wir Und bitte ruf nie wieder an Tschüss Ich und du Und du und ich Wir beide sind Ein grundsolide Kompromiss Du liebst mich nicht sonderlich Ich lieb dich nicht sonderlich Komm, lass uns zusammen gehen Komm, wir lassen uns zusammen gehen Lass uns aufgeben Weil unsere Chancen nicht mehr sehr gut stehen Der Zug ist abgefahren Und wir beide stehen noch da eben Und wenn alles scheiß ist Und wir uns gar nicht mehr verstehen Lass uns doch mit ein paar Kindern diese Löcher kleben Das kauft uns fast 20 Jahre In denen wir halt so weiterleben Und ich schätze, irgendwie wird das schon gehen Liebe kann schön sein Auch wenn es nicht Liebe ist Und du bist schön immer Dann wenn ich mir vorstelle Dass du jemand anderes bist Zum Beispiel die eine mit den Tätowierungen aus dem H&M Sendersuche läuft Und wir kommen zum letzten Trigger hier bei ASMRdio Dem Entspannungsradio Für dich und auch für dich Und auch mit Bella Das bin ich Der letzte Trigger für heute Das hat es in sich Das ist nämlich mein persönliches Lieblingsgeräusch Zwar etwas Wo mich am besten Entspannend schut Ich habe hier eine Entspannungsschere Und hier Und hier Eine Blatt Relax Stüropor Und jetzt Schneide Ich mit der Relax Schere Dieses Entspannungs Stüropor WTFM 100,0 Ist ein Podcast von Rummelplatz Musik Und der Wundertütenfabrik Technisch umgesetzt wird der ganze Bums von Audiotism Geschrieben und ausgedacht von Luxan Wunder Musik von Rummelplatz Musik Audiotism Jan Goyer Yellow Cookies Andreas Balicki CRZ Und Sandro DeLorenzo Gardinal Mit den Stimmen von Charlotte Hübsch Sandro DeLorenzo Gardinal Felix Römer Sarah Danzeisen Tim Sander Katjana Gerz CJ Kuse Theodor Schickenberg René Dubois Und Jan Goyer Gäste in dieser Folge waren Die Rocket Beans Fabian Krane Und Andreas Lingsch Und Flying Bob So Und Jetzt Schneide ich mit Einem Messer Auf Diesem Entspannungs Teller Einem Messer Tschö ... Einem Messer 21 23 Untertitelung des ZDF für funk, 2017